Oh, boy. Hallöchen, Hallöchen. Aber was mache ich jetzt? Ich weiß nicht, ich sehe nicht mal einen Weg, wo es weiter geht. Auch nicht. Du kannst auch nichts damit anfangen, weil er knallt gegen eine schwarze Wand hier auf der Seite und das heißt, du kannst halt nichts dagegen machen. Und dieser Test soll leicht sein. Boing. Ich kann es halt auch nicht mehr wegmachen. Ey. Achso, ja, ja. Ja. Nee. Oh Gott. Ey, kannst du dich einmal durch das Portal laufen? Und dann? Ja, da bin ich halt noch ein Stück höher. Aber... Okay. Ja, da oben gibt es vielleicht noch Sachen. Oh. Ich habe keine Portale unten gesetzt. Auf so einen Scheiß. Ähm. Kann ich nicht. Doch, kann ich. Warte. Okay. Okay. Was habe ich gemacht? Ich bin nicht sicher. Ja, warte. Warte. Ich bin nicht sicher. Okay. Bleib erst mal da oben. Ja, bleib ich. Warte mal, ich muss mal mein Zeug wegmachen. Wie kriege ich denn mein eigenes Zeug weg? Warte, warte, warte. Warte. Okay. So. Hier ist. Vielleicht so. Äh. Hier runter. Warte, warte. Warte, warte. Du musst raufspringen. Kommen wir nicht drauf. Ja. Jetzt kommst du einmal die. Jetzt kommst du einmal die. 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 Ich weiß nicht, wie mein Gehirn es gemacht hat, aber ich habe es gemacht. Ja, mein Gehirn war ein Gehirn. Wie kommen wir da hin? Kannst du einfach durchlaufen. Okay, jetzt springen wir hier runter. Oh mein Gott. Okay, du musst jetzt dein rotes. So. Oh, dann muss ich ihn hier rein. Soll ich ein bisschen höher? Nein! Was? Ups. Uncool. Euer Versagen generiert keine neuen Daten. Es verzögert nur das Unvermeidliche. Ja. Well, hello, hello. Hello. Warte. So. Und so. Und dann kann man hier runter. weiter. Juuu. Da oben müssen wir aber hin. Müssen wir hin? Da oben. Hier war zu. Äh, dann machen wir einfach so. Und so. So. Nein. Nein. Du musst ihn da hinsetzen. Deinen dunkelblauen. Äh. Nee, warte mal. Der dunkelblau muss schon hier hin. Hellblau. Hier. Ja. Und dann. Dann kommen wir erstmal da hoch. Aber das... Ja, das Ding ist, wenn ich meinen gelben weg mache, haben wir gar nichts mehr. Wenn ich den rot weg mache, kommen wir nicht mehr da oben hin. Wenn du deinen hellblauen jetzt da hinsetzt. Nee, nein. Geht nicht, geht nicht. Die sitzt hier schon da. Guck mal, da sind wir. Mhm. Oh, und sie ist eben. Guck mal, die den hinternehmen. Twerk, 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 twerk. Ähm. Hä, es muss doch viel einfacher sein. Okay, warte mal. Also, das geht gar nicht. Ich hätte nicht runterspringen sollen. Das wäre das Problem. Warte, ich geh mal kurz wieder nach oben hier. So. Ja. Jetzt machst du deinen hellblauen irgendwo anders hin. Nach ganz oben. Look what I found. Falsches Tor. Juhu. Oh mein Gott. Das sah hier richtig creepy aus. Das sah hier richtig creepy aus. What? Das hat mich gerade einfach verstört. Warte mal. Okay, warte mal. Du hast das Ding hier dahin gemacht. Aber, hä, da musst du doch gar nicht hin, oder? Du hättest den dahin machen müssen. Warte, ich muss hier kurz wieder zurücklaufen. Ja, lauf mal zurück. Ja, lauf mal zurück. So, jetzt kannst du den nochmal pleasen. So, und bei My Mathematics muss ich hier nur runterspringen. Juhu. Nein. Nein. Es passt nicht. Es wird nicht funktionieren. Let's do by you. Ah, ne, der ist weiter eingerückt als das andere. Schade, funktioniert nicht so. Geh nochmal hoch. Den, auf den links drauf. Warte. Da kommst du nicht hin. Ne, dann kommst du nur zu mir wieder rüber. Warte mal, was ist, wenn ich den roten einfach mitnehme dahin? Warte. Ähm, ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Okay. Kannst du da was placen? Nein, ne? Okay, das ist doch dumm. Nein. Aber, hier geht auch nicht, hier geht auch nicht, hier geht auch nicht. Das ist auch dumm. Ich brauche zwei gegenüberliegende Wände, in denen man die abprallen kann. Boah, das ist doch doof. Warte, wenn ich das so mache. Es ist schon hoch. Aber es passt nicht dahin. Ja, aber das war tatsächlich schon. Wie ich. Was denn? Das mit dem... Wenn wir den hier nehmen, dann können wir von hier aus auf... Aber das ist der Anfang, der interessiert uns ja nicht. Ja, ne. Platzier das mal wieder hier oben oder so hin. Mit das hier haben. Dann können wir nämlich... Achso, ich muss ein bisschen höher, ne? So. Ja. Das ist so. Dann geht das nämlich durch, dann ist das ja... Ja. Aber wie... Eigentlich wollen wir hier oben, ne? Genau, ja. Aber das Problem ist, das geht halt zu weit hoch, beziehungsweise... kommen wir da nicht rüber mit. Ähm... Das geht halt auch nicht über Kopf, sodass man dann einmal höher ist oder so. Das geht halt auch nicht über Kopf, sodass man dann einmal höher ist oder so. Ja. Hier ist auch ne Wand. Was? Da kann man was drauf schießen? Frage ist nur, wie benutzen wir die? Okay, okay, okay. Das sind neue Möglichkeiten. Wir können dadurch das Ding elevaten. Warte mal. Aber das geht nur von der einen Seite. Mhm. Das heißt, wir müssen erstmals hier irgendwie den Strahl so bekommen, dass wir... Warte mal. Geht du mal? Ne. Das geht auch nicht. Ich gucke die Blase. Ich gucke die Blase. Hm? Okay. Okay, das sind nochmal neue Möglichkeiten. Okay. Aber die Frage ist, was machen wir damit? Was wollen wir damit machen? Weiter können wir nichts an... Da geht es auch nicht. Wenn man runterspringt, erwischt man das Ding? Weil ich... Vielleicht brauchen wir die Straße gar nicht mehr. You know what I mean? Vielleicht müssen... Vielleicht brauchen wir diese blaue Straße nicht mehr. Vielleicht müssen wir einfach nur da runterspringen. Ähm... Runterspringen, katapultieren lassen und dann von hier uns dahin schleudern. You know? Das könnte sein, ja. Kannst du mal dein Portal da unten hinsetzen? Und einen anderen dahin? I'm gonna try it. Nee, nicht da. Ich glaube da ist doch besser, oder nicht? Oder knallen wir da genau gegen die Vorsprungkante? Ne, ich glaub nicht. Ich mach so. Ich muss genau treffen. Okay. Okay. Yes! Okay, jetzt musst du auch hierher kommen. Aber wie? Ähm... Ich helf dir. Und zwar... So. Komm drauf. Wenn du dich genau dahingestellt hast, musst du Bescheid sagen. Yes! Okay. Yay! Hier oben wäre übrigens... Oh. Aber Fliegen ist natürlich cooler. Fliegen ist cooler. Immer. Ich zeichnete ihn sogar als defekt. Natürlich hatten die Menschen stets nur eine einzige Chance, während ihr es immer wieder versuchen könnt. Nanon, hilöchen, was guten. Wir lösen ein paar Räte den Portal im Co-op mit Miley. Die menschlichen Testsubjekte forderten für den nächsten Test Helme, um Herrenverletzungen vorzubeugen. Ich wählte die kostengünstigere Variante, tödliche Schmiere. Ich... Du musst treffen, Miley. Oh, Mann. Okay. 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 Was macht man da? Ich glaub, da musst du die Straße holen. Und die müssen wir jetzt wohin bringen? Oh, du musst wieder runterkommen? Nee, du musst wieder runterkommen. Und ich... Ich... Ich katapultiere dich dann... Hier hin. Spring durch. Okay. Und dann platzierst du die Straße irgendwo dahin. Wahrscheinlich. Na klar. Warte. Warte. Okay, du musst mir jetzt, ähm, auch helfen. Ich muss die Straße kurz wegnehmen und wieder drauf machen. Hier. Äh. Äh. Aua. Okay, bist du soweit? Ja, ich bin soweit. Hilfe! Thank you. Was? Achso, du... Ich dachte, du bist gestorben jetzt. Nein. Okay, okay. Aber ich kann nix machen. Du kannst hier die Straße hinschießen. Genau. Dann geh ich nämlich hier hin. Mal gucken, was da hinter der Ecke ist. Ah, guck mal der Ausgang. Ähm. Ja, du musst ja auch her. Hast du da unten irgendwas, womit man... das Sprungbrett? Wie geht's? Wie geht's? Durch welches Ding springst du? Durch rot oder gelb? Äh, nicht! Oh nein, was hast du getan? Das hättest du nicht tun sollen. Oh mein Gott! Oh, rot. Okay, ich muss rot. Okay. Oh mein Gott. Äh! Du mein Gott! So schau! Oh mein Gott! Hallo! Stopp, 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 stopp! Stopp, stopp, stopp! Don't do anything stupid! Okay. Ich bin safe. So. Jetzt hast du den. Okay, warte. Liegst du denn ein bisschen tiefer? Warte, 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 warte. Ah, okay. Okay, okay. Oh, ja, okay. Das geht dann natürlich. Komm, sie mit mir! Oh, komm! Oh Gott, wir müssen springen. Ja, springen. Oh, okay, okay. Ich bin voll traurig. Ich bin voll traurig. Du bist durch dieses Tor gegangen und deine Tore sind weg. Wir müssen mal herkommen. Nur mal von vorne. Ihr müsst doch erstmal noch den Strahl holen. Ja, ihr musst den Strahl holen. Nicht ich. Achso doch, du. Ich muss ihn. Bitte schön. Was ich? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, das ist das denn. Nein, dann bin ich. Jetzt muss ich das. Dann machen wir eine. Au! 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 Du hast den falschen Portal benutzt. Oh nein. So. Jetzt spring ich als erstes. Was? Oh mein Gott. Ich hab's nicht geschafft, weil ich, du bist, du bist, du bist. Oh mein Gott. Aua. 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 Ich hab mein Kopf, aua. Oh mein Gott. Bitte geh nicht da durch. Jetzt. Oh Gott. Danke. Okay. Das hier ist ganz einfach. Wir machen was so, wir machen was so und dann springen wir durch. Gut gemacht. Ähm. Und nun? Wie machst du das selbe? Das kann ich nicht. Also doch kann ich. So. Das kann ich jetzt wissen. Aua. 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 Jetzt kommst du auch her. Hey. Bist du da hingekommen? Hey. Ich bin durch das Tor. Durch das Portal. Runter. Achso. Achso. Das ergibt ja irgendwas Sinn. So. Und jetzt nehmen wir den. Und machen den. Das geht nicht. Machen wir den. Das bringt was. Ich glaub schon. Geh mal durch. Das Tor. Ja. Okay. 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 Und jetzt guck mal von hier. Kommst du. Kannst du von hier gucken, ob du da was schießen kannst oben? Oben. Oben? Nicht? Oben? Geht auch hin, ne? Noch. Noch hin oben. Noch hin? Scheiße. Warte mal so. Dann können wir jetzt, maybe. Jetzt haben wir Stufen. Maybe. Nee. Das hatten wir ja schon mal. Nee. Äh. Nee. Äh. Was ist mit da? Da komm ich nicht hin. Komm mal von hier. Weil wenn ich einen Zweck mache, dann bist du tot. Und wo? Da hin. Da hin. Da hin. Da hin. Da hin. Da hin. Nee, das geht nicht. Echt nicht? Scheiße. Sah so hell aus. Hm, hm, hm. Hm? Maybe. 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 I don't know. Damit kann man auf jeden Fall nach oben. Guck mal, ob du da von da aus dann irgendwo hin schiehst. Nee, nicht viel weiter leider. Schöne. Schöne. Aber ich finde das ein bisschen anders weiter unten. Geh weiter. Geh weiter. Mach weiter und den geht halt gar nicht. Hm. Was brauche ich hier? Ja. Nicht da durchgehen. Ja. Sonst bist du tot. Nee, nee. eng. Weil man muss da doch irgendwie hinkommen. Und schießen können. Das geht halt einfach null. Hm. Okay. Wait. was hätte das gemacht das hätte gar nichts gebracht da ist der ausgang da wollen wir auch hin macht hast du mir Sinn oh ach ne musst du in? ne ne ist okay ok doch oh mein Gott ich hab ne Idee komm verblasen vielleicht stirbst du gleich warte ich muss dahin rüber das heißt ich muss zu dir Moment, Moment, lassen Sie mich einmal vorbei, junge Dame, Dankeschön. Einmal den, einmal den, so. Ich fliege einmal durch, du musst mal auf meinen Strahl, auf den hier. Ich muss auf deinen Strahl, okay, okay. Genau, ich muss strahlen. Ja. So, und zwar muss ich das machen und das. Moment, ist okay, ist okay. Jetzt bin ich wo? Jetzt bin ich da, wo du auch warst, ne? Okay, 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 okay. So, Freunde, erst mal. Das funktioniert so nicht, das funktioniert so nicht. Kannst du? Also, ich kann selber, glaube ich. Macht der auch nicht richtig. Das hast du ja schon versucht gehabt. Aber ich will da durchschießen. Also, mich da durchschießen. Ich will quasi genau das, was er jetzt gerade macht, nur halt schießen. Ich komme mir so nicht durch, ne? Ja, nein. Ähm, ich möchte mit dem Katapult, das wir am Anfang haben, ja, mich durchschießen. Aber das Problem ist, hier ist diese Wand, die meine Portale kaputt macht. Aber du kannst. Komm her. Ähm, du musst mal rüberkommen zu mir, wenn ich höre dir. Sag dich. Komm mal rüber. Okay, okay. Auf den Start, du. So. Ähm, du bleibst mal bei dem Ding liegen. Ich mach... Warte mal, kann ich den weg machen? Keinen, oh mein Gott. Oh mein Gott, nein, das ist nicht wahr. Shit, 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 shit. Warte, denk nach, denk nach. Du hast es fast gehabt. Ähm. Ich will basically hier ein Portal hinsetzen, dann runterspringen auf dieses, äh, Ding und dann rübergehen zu dem Trampolin-Ding und da das zweite Portal dann setzen. My brain is not burning. Aber das Problem ist, wenn ich das Rote wegnehme, dann ist diese Straße weg und wenn ich das Gelbe wegnehme auch. Kannst du die Straßen setzen? Komm mal hier. Kannst du, äh, ein Portal, meine Portale bei dir ersetzen? Ja. Great, was ist dein? Ja, ja, das ist richtig. Jetzt musst du deinen noch hierhin machen. Den anderen. Genau, perfekt. Und ich mache den. Okay, jetzt nicht sterben, danke. So, und jetzt kannst du durchfliegen. Okay. Perfekt. Okay, okay, okay. Okay, jetzt musst du mir nur noch ein Portal machen, wie ich zu dir kommen kann. Also zum Beispiel setzt einen da hin und irgendwo hier bei mir hin, da hin oder so. Genau. Komm mal kurz durch. Und dann setzt du den Dunkelblauen auf die Schräge, aus der du gerade rausgekommen bist. Auf die da. Genau. Und ich komme wieder zurück. Tudu! Wow! Die Frage ist, wie kommen wir so rum hin? Das weiß ich noch nicht. Wir sind schon mal hier. Weil ich glaube, wir müssen mich beide jetzt hier durchfliegen. Yes, das müssen wir wahrscheinlich. Which means, warte mal, meine Beine dürfen nicht weggemacht werden. Wir müssen nämlich katapult durch rote aus gelb raus in dein Dunkelblaues. Dein gelbes kannst du doch da platzieren, oder nicht? Platz mir, dein gelbes da, wo mein Dunkelblaues jetzt ist. Ja. Mein gelbe ist nicht. Ja, 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 mach mal. Dann wird man dahin katapultiert. Und jetzt musst du nur noch einen Weg machen, wie wir dahin runterkommen, ohne zu sterben. Warte auf mich. Warte auf mich. Komm ihn gut. Dankeschön für den Follow. Irene loves... Ich bin so schlecht im Namen, vor dir sind erst recht, weil ich gerade andere Sachen braine. So, und jetzt müssen wir nur noch durchspringen, ne? Warte. Ja, ja. Oh, oh. Du hättest zuerst springen müssen. Mein Portal ist weg. Ja. Nein, alles von vorne. Alles von vorne. Tschüss. Tschüss. Tschüss.